Das Reinigen Ihres Insektenschutzes ist unkompliziert. Als erstes brausen Sie Ihr Fliegengitter mit klarem Wasser gründlich ab. Anschließend wischen Sie es mit einem flusenfreien Tuch trocken. Hierbei sollten Sie nicht zu viel Druck auf das Gewebe ausüben. Wenn alles trocken ist, gehen Sie über zum Rahmen. Dieser sollte beidseitig gesäubert werden. Passen Sie hierbei auf, dass das Gewebe nicht durchs Umgreifen beschädigt wird. Tun Sie Ihrem Fliegengitter etwas Gutes und Sie bekommen viele Jahre lang ungestörte Lebensqualität zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017